So, Sandra. Nathalie. Leonie reisse dich zusammen. Jetzt macht sie schon ein Päckchen. Das gibt es doch gar nicht. Wir haben heute nämlich ein Päckchen bekommen. Und ja, Leonie, du darfst es gleich aufmachen. Wir schauen jetzt zusammen, was wir bekommen haben. Ich will es sofort aufmachen! Findest du da die Löcher? Tada! 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 So gut! Lübe es genau an, Leonie. Ja, ich sehe es. Wir haben neue Karten zum Verschicken. So krug. Dass unser Roger von Jo Andegedo als unser Security Donald Johnson mit dabei war und als Frank Sinatra. Genau. Und er hat hier Putzartisten gemacht. Hier können wir etwas reinschreiben. Und sind das nicht wunderschöne Karten? Ich freue mich schon ganz fest, diese zu verschicken. Du auch, Leonie? Ja, sehr sogar. Super schön! Du auch, Leonie. WDR 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 Vielen Dank.